Der Fall Till Lindemann, Berliner Staatsanwaltschaft, ermittelt gegen den Liedsänger von Rammstein, was Sie jetzt besser nicht mehr tun sollten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Bevor ich mich zum gerichtlich zugelassenen Rentenberater spezialisiert habe, habe ich auch eine Zeit lang Strafverteidigerarbeiten gemacht. Ich war auch Pflichtverteidiger, und zwar beim Amtsgericht Halle und beim Landgericht Halle. Das heißt also, ich habe ein bisschen Kenntnisse im Strafprozessrecht, aber auch aufgrund der fortschreitenden Zeit, wo ich als Rentenberater tätig war, geht dann natürlich vieles auch verloren, das ist ganz klar. Aber so rudimentäre Kenntnisse habe ich. Und wir alle wissen ja, dass seit Juni diesen Jahres im Fall Lindemann, Till Lindemann, hier gegen den Herrn Lindemann-Liedsänger schwere Vorwürfe erhoben worden sind. Es geht wohl um sexuelle Übergriffe, Machtmissbrauch und was auch immer dort alles mitgeteilt worden ist. Und das hat sich erst mal außerhalb eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens abgespielt. Und jetzt seit kurzem gibt es eine Information, dass die Staatsanwaltschaft Berlin wohl das Ermittlungsverfahren gegen Herrn Till Lindemann eröffnet hat. Ich habe das mal im Internet mir mal angeschaut und habe dann die entsprechenden Mitteilungen mal gelesen. Ich habe da mal im Internet gegoogelt, Rammstein, Staatsanwaltschaft Berlin. Und hier haben verschiedene Medien, wie der Tagesspiegel, wie der Spiegel, Tagesschau, der Sternen und ZDF, unter anderem die Süddeutsche Zeitung mitgeteilt, dass wohl gegen Herrn Lindemann ein Ermittlungsverfahren läuft. Ich habe mal die Pressemitteilung oder die Erklärung dazu vom ZDF heute mir angeschaut, vom 14.06. Und dort teilt das ZDF mit, dass die Staatsanwaltschaft Berlin nach Anzeigen Dritter gegen den Rammstein-Frontmann Till Lindemann ermittelt. Also es geht nicht gegen die Gruppe Rammstein, sondern gegen den Till Lindemann persönlich. Und die Staatsanwaltschaft Berlin hat wohl mehrere Strafanzeigen bekommen. Und da geht es um Tatvorwürfe aus dem Bereich der Sexualdelikte und Abgaben von Betäubungsmitteln. So die Staatsanwaltschaft gegenüber der ZDF heute Sendung. Ja, die Anzeigen seien von Personen gestellt worden, die nicht direkt am Tatgeschehen beteiligt waren. Meine Damen und Herren, auch das ist klar. Ich persönlich war auch nicht am Tatgeschehen beteiligt. Ich weiß also gar nicht, was dort vorgefallen ist. Ich bin einfach nur ein Fan von Rammstein. Ich mag die Musik sehr. Ich mag die Künstler von Rammstein sehr. Und ich trenne hier auch ganz klar die Gruppe Rammstein als Künstler. Und inklusive des Liedsängers Till Lindemann, der ja auch Teil dieser Band ist und damit auch Künstler ist, von dem Herrn Till Lindemann als Privatperson. Denn das eine hat wohl offensichtlich mit dem anderen nichts zu tun. Also wir müssen bitte die Frage der Kunst und der Kunstfreiheit, in dessen Rahmen sich ja Rammstein wohl bewegt hier in Deutschland. Ansonsten hätte es da auch schon möglicherweise Restriktionen gegeben, davon trennen, was ja strafrechtlich an Vorwürfen jetzt erhoben worden ist. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir dann auch mal erlaubt, alles im Vorfeld zu der Frage, was Sie jetzt am besten nicht mehr tun sollten, mal noch ein bisschen weiter zu recherchieren und zu schauen, wie denn jetzt hier die Situation ist, was denn die Staatsanwaltschaft Berlin tatsächlich mitgeteilt hat. Und ich bin auf der Internetseite der Generalstaatsanwaltschaft. Die sind miteinander verbunden mit der Staatsanwaltschaft Berlin. Und ich habe mal geguckt, was in den letzten Tagen an Pressemitteilungen herausgegangen ist. Und da sehe ich erst mal nichts, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann hier eingeleitet worden ist. Aber ich gehe davon aus, dass die Meldungen in der Öffentlichkeit wohl stimmen sollten. Also die Meldung, die in der Öffentlichkeit jetzt durch die medienführende Medien wie ARD, ZDF, Spiegel, Stern und so weiter veröffentlicht worden ist, dass das dann auch seine Richtigkeit hat. Ja, bestätigt wird das dann auch noch von dem Anwalt Christian Solmecke von WBS Legal, ein geschätzter Kollege, der im Bereich Wettbewerbsrecht, Presse, Medienrecht unterwegs ist. Und der hat auf dem Video, was er vor ein paar Tagen veröffentlicht hat auf WBS Legal, hat er hier nochmal auch bestätigt, dass es jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen den Lindemann gibt, dass der Lindemann also angezeigt worden ist. Und bitte schauen Sie sich einfach mal das Video von Kollegen Solmecke an. Das ist ein sehr, sehr gutes Video. Hier können Sie auch noch ein bisschen was lernen zum Thema Presserecht und Medienrecht. Vor allen Dingen die anderen Videos, die der Herr Solmecke da gedreht hat zum Thema Rammstein oder Lindemann-Rammstein, die Vorwürfe, bevor es ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gab, sind wirklich sehr, sehr lehrreich und sehr, sehr hilfreich auch, damit man einfach auch mal sieht, wie man sich in den Online-Medien als User, als Verbraucher, als wie auch immer als Mitteiler bewegen sollte. Vor allen Dingen dann, wenn es um die Frage der sogenannten Verdachtsberichtserstattung geht. Aber, also das mal so. Und wenn Ihnen natürlich die Internetseite oder der Beitrag von dem Herrn Solmecke gefällt, dann buchen Sie einfach oder abonnieren Sie den Kanal von Herrn Solmecke. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr, sehr schön, dass der Herr Solmecke in so einer großen Bandbreite viele rechtliche Fragen hier erläutert und erklärt. Das machen wir so nicht. Wir sind mehr so im Bereich des gesetzlichen Rentenrechts unterwegs. Ja, und jetzt werden Sie sich natürlich die Frage stellen, warum jetzt der Rechtsanwalknöppel auch noch seinen Senf dazu gibt. Es ist ganz einfach. Zum einen A, ich bin ein ganz großer Fan von Rammstein. Und zum anderen B, denke ich mir, dass wir vielleicht mal noch hier ein paar Dinge beleuchten sollten, wie Sie sich jetzt als mögliche Mitteiler, als mögliche Beteiligte im Tatgeschehen, als diejenigen, die vielleicht auch tatbeteiligt selbst waren, verhalten sollten. Aber bevor ich diese Frage kläre, gehe ich nochmal in die gesetzliche Norm rein, zur Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung durch die Staatsanwaltschaft. Das ist der Paragraf 160. Und Paragraf 160 Absatz 1 sagt uns, sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf einem anderen Wege von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, hat sie bis zu ihrer Entschließung darüber, dass sie eine Klage erhebt, den Sachverhalt zu erforschen. Das heißt also, hier im Fall Lindemann ist es so, gab es also mehrere Anzeigen durch nicht direkt Beteiligte, sondern durch Dritte. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt Kenntnis, also die Kenntnis von dem Verdacht einer Straftat erhalten. Also nur von dem Verdacht. Das heißt also, wir haben hier einen möglichen Verdacht einer Straftat. Man nennt das auch Anfangsverdacht. Und jetzt muss die Staatsanwaltschaft alles dafür tun und gucken und aufklären. Das heißt also, sie muss Zeugen vernehmen, sie muss Sachverhalte prüfen, sie muss Unterlagen studieren, sie muss gegebenenfalls Telefonprotokolle einholen und vieles andere mehr. Und dabei hat die Staatsanwaltschaft noch eine Sache unbedingt zu beachten, was ich in meiner Tätigkeit als Strafverteidiger oftmals so nicht erlebt habe. Die Staatsanwaltschaft hat, das steht in § 160 Absatz 2, nicht nur die zur Belastung, sondern die auch zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln. Das heißt also, die Staatsanwaltschaft darf nicht wie ein blinder Hund nur den belastenden Tatsachen hinterherlaufen, die möglicherweise gegen Herrn Lindemann jetzt ermittelt werden, sondern sie muss auch entlastende Tatsachen prüfen und auch suchen. Gegebenenfalls, wenn sie Hinweise davon erhält, dann auch letzten Endes dazu Ermittlungen anstellen. Denken Sie bitte immer an den Fall Kachelmann. Der Fall Kachelmann hat es uns gezeigt, wie hier die Dinge einfach liegen. Ich spiele hier noch mal ganz kurz die § 160 Absatz 2 Strafprozessordnung ein. Dann sehen Sie das alles noch mal. Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zu der eigentlichen Antwort meiner Frage. Wie sollten Sie sich verhalten? Und da müssen wir auch wiederum zwei Ebenen unterscheiden. Ich gehe jetzt mal nicht in die presserechtliche Ebene. Da schauen Sie sich bitte bei WBS Legal auf YouTube von Herrn Solmecke bitte die Videos an. Der erklärt das viel besser als ich. Ich habe vom Presserecht keine Ahnung. Das lasse ich jetzt mal völlig außen vor. Aber jetzt müssen wir bitte Folgendes beachten. Die Staatsanwaltschaft Berlin macht ein Ermittlungsverfahren. Und dieses Ermittlungsverfahren dient ja dazu, den Sachverhalt aufzuklären. Also der Frage nachzugehen, hat sich der Lindemann tatsächlich strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen? Und wenn ja, wie endet dann das Verfahren? Entweder durch eine Verfahrenseinstellung, wenn die Schuld nicht so besonders hoch ist, oder wenn sie doch ein bisschen höher ist als nicht ganz so hoch, dann vielleicht mit einer Geldzahlung oder aber möglicherweise auch mit einer Anklageerhebung. Das sind diese drei Dinge, die dann sozusagen dazu führen. Oder aber die Staatsanwaltschaft, das ist der vierte Weg, sagt, nee, an den ganzen Vorwürfen ist nichts dran. Das Verfahren wird nach § 170 Strafprozessordnung gegen Herr Lindemann eingestellt. Dann ist Herr Lindemann sozusagen sauber. Ja, also so kann man das dann letzten Endes sagen. Aber die, und jetzt müssen wir unterscheiden, diejenigen, die möglicherweise in dieser ganzen Konstruktion rund um diese Tatvorwürfe, die jetzt erhoben worden sind gegen Herrn Lindemann, mit irgendwie mitbeteiligt sind und möglicherweise vielleicht sogar sich strafbar gemacht haben könnten, die sollten sich bitte einen Anwalt nehmen. Denn jetzt ist die Staatsanwaltschaft Berlin mit dran. Die sollten sich einen Anwalt nehmen und sollten prüfen, ob sie sich nicht möglicherweise strafbar gemacht haben. Im Zusammenhang mit den Tatvorwürfen gegen Herrn Lindemann. Wer das sein kann, das weiß ich nicht. Aber vielleicht gibt es ja solche Tatbeteiligten, die mit dabei waren, die das vielleicht, die die Tat mit gefördert haben oder was auch immer da gemacht haben. Die sollten A zu ihrem Anwalt gehen und B einfach die Klappe halten. Und diejenigen, die als Zeugen in Frage kommen könnten, die also Belastendes oder auch Entlastendes zugunsten oder zulasten Herr Lindemanns sagen könnten, die sollten bitte damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Also nicht raus ins Internet und sagen, hier, hallo, ich weiß was. Sondern nein, sie gehen damit bitte auch zu ihrem Anwalt, prüfen das und dann gegebenenfalls auch bitte zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft gehen und dort ihre Aussagen als Zeugen machen. Aber bitte auch nur dann, wenn sie wirklich was Konkretes wissen. Wenn sie irgendwelche Mutmaßungen nur haben, weil sie vielleicht irgendwie mal im Backstage-Bereich vielleicht mal eine Tür, also was gesehen haben, wo eine Tür auf und zu ging und sie da vielleicht einen Herrn Lindemann gesehen haben, der vielleicht mit irgendeiner Frau da rumgestanden hat und nichts passiert ist, dann ist das ja keine strafbare Handlung, sondern hat das überhaupt gar keinen Aussagewert. Sie wissen ja gar nicht, wer das gewesen ist. Also bitte keine Mutmaßungen anstellen, sondern wirklich nur Tatsachen und dann, also Tatsachen, wirklich relevante Tatsachen der Staatsanwaltschaft mitteilen und dann auch tatsächlich hier die Zeugenaussage machen. Also wir unterscheiden zwischen möglichen Tatbeteiligten, die sich vielleicht strafbar gemacht haben. Die sollten bitte ihre Klappe halten zum Anwalt gehen und abwarten, wie das Verfahren läuft, ob gegen sie nicht auch möglicherweise noch Strafanzeige erhoben wird und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird von Amts wegen durch die Staatsanwaltschaft und diejenigen, die Zeugen sind, die sollten einfach nicht in die Öffentlichkeit gehen. Ja, warum sage ich das? Ganz einfach. Es gibt da auch wieder zwei Gründe. Erstens, das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren soll zum einen Opfer schützen, soll einen guten Opferschutz bieten und natürlich auch die Unschuldsvermutung noch für Herrn Lindemann gewährleisten. Das heißt also, Herr Lindemann, das wissen Sie alle, ist nach deutschem Recht, solange wie er nicht rechtskräftig verurteilt worden ist, unschuldig. Und das gilt auch für das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren. Und ich meine, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich wäre froh, ich würde mich wirklich freuen, wenn die Vorwürfe gegen Herrn Lindemann sich nicht als wahr erweisen würden. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn ich, wenn sich aber die Aussagen oder die Vorwürfe als wahr erweisen sollten, muss ich Herrn Lindemann verantworten, in welcher Form auch immer. Ich habe es ja eingangs erwähnt, möglicherweise mit einer Verfahrenseinstellung, Geldstrafe, Geldbuße oder aber dann halt eben mit einem Urteil durch einen Strafrichter. Und bis dahin gilt Herr Lindemann als unschuldig. Und ich hatte es auch eingangs erwähnt, bin großer Fan von Rammstein. Ich werde weiterhin auch die Musik hören, unabhängig davon, was dann passiert. Wir mögen uns bitte nicht ausmalen, was passiert, wenn sich die Vorwürfe gegen Herrn Lindemann tatsächlich als wahr erweisen würden, was dann mit der wunderbaren Gruppe Rammstein passieren würde. Und bis dahin erhebe ich mein Glas auf Rammstein. Natürlich auch wohl wissend, dass ich nicht blind bin und selbstverständlich auch den Opferschutz im Auge habe. Aber Sie sehen es mir bitte alle nach. Ich bin halt eben auch ein Fan und hoffe für Herrn Lindemann und für Rammstein nur das Beste. Sie werden zu diesem Thema auf Rentenbescheid24.de nichts finden. Das kann ich Ihnen schon versprechen. Da werden wir auch keinen Beitrag veröffentlichen, sondern das sind einfach nur so meine persönlichen Dinge, die ich mal äußern wollte und meine Dinge als Anwalt, als ehemaliger Strafverteidiger, dass man so bestimmte Spielregeln jetzt nach Eröffnung des Ermittlungsverfahrens einfach einhalten sollte. Damit schützt man sich und schützt selbstverständlich auch das Ermittlungsverfahren. Ich wünsche Ihnen eine rammsteinstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.